Türchen 21 Dimebag Daryls Streich bringt Scott Ian in den Fokus der Polizei Panteras Dimebag Daryl und Anthrax Scott Ian waren gute Freunde. Ersterer ist als, sagen wir mal, extreme Scherzkeks bekannt gewesen. So kam es dazu, dass er nachts bei Scott anrief und ihm sagte, dass Skid Row Sebastian Buck zu Besuch ist und komplett ausrastet. Daryl hatte eine Hausziege und behauptet, dass Sebastian seine Ziege rund um den Pool jagte und sie deshalb ins Wasser fiel. Er beklagte sich, dass er sie jetzt irgendwie aus dem Wasser bekommen muss. Immer wieder brachen die Anrufe ab und wurden kurz darauf wieder aufgenommen. Scott wollte aus der Ferne die Polizei anonym anrufen, um Dimebag den eskalierenden Kollegen vom Hals zu holen. Was er nicht wusste? Polizeianrufe sind nie anonym. Sie dachten nämlich an einen Scherzanruf, als Scott am New Yorker Telefon die Nachbarschaftsunruhe in Texas meldete. Letztendlich bekam er keine Strafe dafür, aber eine knaller Story für sein Buch Access All Areas, das ich euch dringend ans Herz lege.